Was ist die Slogan? Ich sage von hier aus, unsere Sprache wird nicht verboten, unsere Wünsche werden nicht verboten. Dazu, ich sage, Bishi, Serap, Apo, Bishi, Serap, Apo, Bishi, Serap, Apo. Sie brauchen unsere Dämonik provozieren. Sie können ruhig mir sagen, ich gebe meinen Ausweis, Sie können alles aufnehmen und ich warte auf Antwort. Danke euch alle. Diese Meldungen, wonach Abbruder Ötterladen im Gefängnis zum Leben gekommen sein soll. Diese Meldungen sind für uns mehr als Grund zur Besorgnis. Schönen, liebe Genossen, ich grüße euch herzlich von der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, MLPD. Wir stehen an eurer Seite und fordern mit euch die Aufhebung des PKK-Verbots in Deutschland und die Freiheit von Abdullah Ötterladen. Wir glückwünschen euch für die Befreiung von Raqa. Die Welt sieht, dass das kurdische Volk und die kurdischen Befreiungskämpfer die entscheidende Kraft sind im Kampf gegen den IS. Die Welt hat gesehen, dass die entscheidende Kraft im Kampf zur Befreiung Kobanes die kurdischen Befreiungskämpfer waren. Die Welt hat gesehen, dass die entscheidenden Kräfte im Kampf zur Unterstützung der Jesiden die kurdischen Befreiungskämpfer waren. Diese Welt wird auch sehen, dass es einen gemeinsamen Kampf für das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes braucht. Wir treten ein für das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes. Freiheit für Kurdistan, Hände weg von Rojava. Freiheit für Kurdistan, Hände weg von Rojava. Mit diesen Paragraphen 129 A und B für die Freiheit von Rojava, für die Freiheit aller politischen Gefangenen. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Freiheit für Rojava, Frieden in Kurdistan. 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 Vielen Dank.